Es ist ja wohl schuld, wenn du drauf achst. Du weißt, das war jetzt zum Beispiel mein Fehler. Jawohl, jawohl, Pingo. So, gut, da kann ich jetzt mal nicht durch. Eindeutig zu viele Waffen mit. Ja, da ist er. Fuuuuck. Aha. So, wir fliegen jetzt nach Amsterdam. Packt bitte alle Waffen aus. Ja, Waffen, Drogen, Playstation-Konsolen, Spiele, Alkohol. Ja. Durchscannen. Fast, gut, Checkpoint erreicht. Kriege ich es jetzt wieder? Na, die kriege ich jetzt nicht mehr. Scheiße, was mache ich jetzt da? Ohne Waffen? Jetzt volle Marsch, ohne Waffen. Nein, ohne Pingochen. Todale. Den habe ich durchgeschmuggelt. Ey, da spielst du jetzt voll nachher. Nachher eine Wiederholung. Jetzt auch noch mal spielen. Alle. Buchstäblich alle. Frag Wanzer. Frag ihm. Hehehe. Hehehe. Ja, super. Scheiß Gott. Wo kriege ich denn jetzt bitte her? Wo kriege ich denn jetzt bitte her? Ja. Ja, wir haben jetzt. Ja. Ja. Ja, wir haben jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hab den Zugang, Skolt nicht mit der Staff nicht wasen. So, jetzt hab ich sie alle wieder, na, nicht einmal. So, jetzt meine Waffelnbeck. So, jetzt hab ich das. 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 Was? Ja, ziemlich ungenau, mit L3, da musst du aber mit L3 genauso drauf bleiben, ja, sonst rutscht die Linie links und rechts einfach um den rechten Grund herum, das ist halt scheiße. Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? F*** Oh, old timer, young timer. Yeah, buddy. So slässt Okay, boah, boah, ich brauche unbedingt die Masse zu spielen, unbedingt. No, they're not. When you play the game one week before release, okay, then yes. But not a few days. Was sind die alle so anscheißen, wie ich gespielt habe? Fuck, da hat das gar nicht gegeben. Da ist noch kein Rolling rein, ISO gebrannt und geht schon und online gespielt. Ah, nein, nein, nein. Ah, nein, nein. Ja, etwas stimmt nicht mit Ihren Symptomen. Das Team, das ich zum Ausschlachten des unteren Wohnbereiches beordert habe, hat plötzlich angehalten. Sie haben irgendwas von Gefahreneindämmungsbefehlen gefaselt, haben versucht in die Kontrollkabine einzudringen und sind dann einfach abgehauen. Ich weiß, dass ich nicht mehr über diese unheimlichen glatzköpfigen Schweinehunde einlege, aber diesmal kann ich beweisen, dass die nicht richtig verkabelt sind. Ja, die sind nicht richtig verkabelt, ich habe es euch gesagt. Ja, die sind nicht richtig verkabelt, ich habe es euch gesagt. Fuck, das habe ich nicht verstanden. Shit, man. Was? Das ist kein Dombard, das ist ein Decoder. Achso, warum meinst du den Kassettenrekorder? Der alte ist genial, ich stelle dir vor, ich habe noch so einen Sony. Gott, das waren Zeiten. Ja, das geht schauer, das geht ja nicht. Ja, das ist ein Decoder. vom